Oh, Mike Flatt hängt am Dach seines Hauses. Komm, Penny. Schnell, Personennot auf dem Hausdach der Flats. Whittlington, du koordinierst die Einsatzzentrale. Du bleibst hier drinnen und ich mach mich von hinnen. Ich fahre Venus, ihr fahrt hinterher. In Ordnung, Sir. Hier ist ihr Helm, Sir. Oh, ja, richtig. Ja, natürlich. Hals und Beinbruch. Weißt du noch, was ich dir über Ballspielen im Laden gesagt habe? Ach, Mann. Jetzt haben die Tomaten Druckstellen und die Krause-Petersilie ist ganz glatt. Geh und spiel im Park. Meinetwegen, Mom. Endlich. Ein Glück. Ich weiß nicht, wie lange er sich noch halten kann. Ach, kein Grund zur Panik, meine Damen. Er ist so gut wie gerettet. Ich habe jahrelange Erfahrung in solchen Angelegenheiten. Jetzt und immer. Das ist nicht umsonst mein Motto. Äh, sollten wir ihn jetzt nicht mal da runterholen, Sir? Was? Äh, oh, ja, ja. Auf jeden Fall. Ausfahren der ausfahrbaren Leiter. Sollten wir Jupiter vielleicht zuerst stabilisieren? Oh, ja. Stabilisieren. Blöder Ball. Was? Hä? Oh, nein. Ich stecke fest. Hallo? Hey, kann mir jemand helfen? Ist da niemand? Hallo? Mehr nach links. Mehr nach rechts. Soll ich hochkommen und helfen, Sam? Danke. Das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir. Nur keine Sorge, Mike. Ich hole Sie da runter. So schnell können Sie gar nicht gucken. Was mich an den Vorfall erinnert, als wir mal eine Kirche evakuiert haben. Nur wegen einer Blindschleiche. Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh, kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman. Du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam.